Das hier ist mit Tomaten, Gewürzgurken, Reißzwiebeln, Spiegelei, Geflügel-Bacon, dazu noch Barbecue-Soße und Cheddar-Soße. In einem selbstgemachten Brot. Brot übrigens übelst knackig. Barbecue-Soße zu so Dönerfleisch auch übel geil. Kiesse-Soße geil, Ei darauf auch geil, Bacon auch geil. Ich finde Barbecue-Soße und Dönerfleisch ist auf jeden Fall was, was generell fehlt, ist aber eine persönliche Meinung. Hat Potenzial, was sagt ihr? Wir sind 4,5. Fleisch ist geil, dieses Vermengte ist geil, Sesam fehlt mir noch ein bisschen auf dem Brot. Brote kenne ich noch, andere sind noch fester. Bei Timo ist auch direkt so ein Spreizen abgegangen, genau wie bei mir. Habt ihr auch sowas in der Nähe? Schreibt es mal in die Kommis.